Hallo meine Freunde, ja Sonja, da sind wir wieder und ich hoffe ihr hattet bis heute ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch definitiv, dativ, akkusativ, eine schöne Woche, lasst euch nicht ärgern. Und ja, ist ja eine kurze Woche, ist ja nur bis Freitag. Das kriegen wir denke ich mal ein bisschen hin. Also ich hätte damit auch kein Problem gehabt, wenn der Donnerstag noch zu gewesen wäre, aber es ist ein anderes Thema. Heute reagieren wir auf Grand Theft Mario. Ja, war ein Community-Wunsch und den werden wir uns jetzt mal angucken. Das erinnert mich so ein bisschen an Captain America. Oh ja, es ist ein Mario-Time. Oh ja, es ist ein Mario-Time. Hey Stinky! Hello! I'm starving! I wanna eat your babies! No! Take this! I'm a fucking pretty princess! Yeah! Hey! 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 Ich hab nochmal die Wacht! Ey, Piss off! You son of a bitch! Oh Jesus Christ! Just stop it! Gib den Arm-Arm-Arm über my cake, ey. You are the best! Bitch! I'm the best. I'm the best. Mamma mia! You're dead, big boy! Oh look, he's a turtle! Oh look, he's a turtle! What are you doing? You just killed my turtle! Oh my God! That's so nice! Yeah! Wow! Wow! Nobody plays me like that! You come after my business? I come after you! You sexy little thing, you! Wow! Wow! You come after me! Yeah! Yeah! You come after me! It's still working! What the hell is that? Hell yeah! Hey good shooting man! Uh huh huh huh! Thank you very much! Thank you! Thank you! Habe ich auch jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag mit der Polizei zu tun. Man läuft draußen rum, man tötet eine Ameise, ganz aus Versehen, man hat es noch nicht mal extra gemacht und gleich einen Stern, ne, habe ich immer, immer, habt ihr auch immer einen Stern, egal was man macht, wenn man falsch atmet, einen Stern. Das ist ein Dreckiges Mal. Das ist ein Dreckiges Mal. Oh, hell no. Hey, fucker. Oh, no. Oh, hey, 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 hey. I don't believe this shit. You sure your heart can take this man? Oh, yeah. Yeah. Come on, yo. We are the game. Yeah. Now there's something to look forward to. And I need some help over here. No. 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 Wollte ich gerade sagen, der hat ja mit Mario Kart schon Erfahrung. Problem ist halt, es fehlen die Items. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ja, ich hab dich. Ja, ich hab dich. Das ist total Bullshit. Mama Mia. Ja, ich hab dich. Come here, get over here. Damn it, he got away, you idiot. Oh, hey, that was pretty good. Mama Mia. Hello. Jesus. Whoa. Oh, wow. Oh, shit. What is this bullshit? Man, I don't know. Oh, delicious. Are you a man or an ugly chick? Hey, shut up. You know what, man? Man, this is kinda wrong. Hey, I'm hungry. Have you got any food? Hmmm. Wow. Das wird bescheuert, ey. Oh, oh. Ah, you are kidding me. What the hell? Aber da verstehe ich Mario auch immer. Also immer, wenn ich mich hier ausziehe, weil es voll warm ist, laufen die Leute schreiend davon. Immer. Immer. Also deshalb meide ich jetzt schon Gegenden, wo man baden könnte. Sobald ich irgendwie mir schnackt zeige, also natürlich mit Unterhose, hauen sie alle ab. Ich weiß nicht wieso, vielleicht haben sie ja auch ein bisschen Angst vor der Größe. Also vor meiner, also vor der Körpergröße. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Why do you exist? Oh, yeah. Huh, 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 huh. And I thought I was the idiot around here. Hey, shut up. I'm not having a good day. Don't make me lose my patience. Mario number one. You're not fooling anyone, buddy. We all think you're a dick. Sure looks that way, homie. Yeah, I guess that's that, motherfucker. Mama miaaaaaa. Oh yeah, oh yeah. I don't think so. You got a good reason for that? I'm not sure what to say about that. Oh, hell yes. Okie dokie. Let's go. You have got to be shitting me. I'm no longer finding this so funny. Come on. Oh, you're so... Stop it. AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH Fine. Oh, brother. Hello, sir. Can I take your order? Alright. Put the spaghetti in the bag. Put it in! Oh, hell no. Fine. Alter, der Stuff macht mich jetzt nicht glücklich, ne? Ich dachte jetzt hier nur Energy oder sowas, oder die Mario-Pilze, ne? Scheiß heiß! Ah, guck mal, gibt es trotzdem noch! I'm clearly not digging straight, big mistake! I'm a drunk! I'm a drunken loon! Where the f... what the f... why the fuck? I love you! I think I love you! Oh, daddy likes to swim! You getting hot? I'm hot! Move that, sweet ass! Oh no, man, no! Great Cops! Damn right there! Oh no! Mamma mia! Waha! It's Mario-Time! Okidoki! Wahoo! Mal gucken, ob die Polizei mit aufhaut. Alter! Was ist das? Mal gucken! Oho! Oh oh! Und die Polizei mit aufhaut! So bescheuert. Ohihihi! Ohne, aber echt geil gemacht, ne? Äh, also nicht schlecht, nicht schlecht! hat mir gefallen hat mir echt gefallen ich hoffe es hat euch auch spaß gemacht und wir sehen uns definitiv dativ akusativ in der nächsten aufnahmen bis dahin haut rein und tschüss